So, ich will euch ganz gerne nochmal den Vergleich mit dem Playbook zeigen oder demonstrieren, wie wir das von der Größe her haben, der Größenunterschied. Also ihr seht jetzt hier vom Größenverhältnis Playbook, Blackberry 10, Def Alpha Gerät. Wenn wir das Gerät jetzt hier mal oben drauflegen, seht ihr, es sind komplett die gleichen Maße und wir haben sogar fast, also ich würde fast sagen, auch die gleiche Höhe des Gerätes. Also die Breite ist identisch und die Höhe auch, nur dass es halt ein Smartphone ist. So, jetzt wird das Gerät auch schon hoch, hier auch nochmal zum Vergleich von der Ansicht. Playbook rechts, auf der linken Seite Blackberry 10, Def Alpha. So, das Betriebssystem kann man wirklich so sehen, dass es eigentlich im Moment so ausschaut, dass es das Playbook OS in der Version 10 ist, nur halt für das Smartphone.